Ich hatte gestern über das hegelische Konzept der Freiheitsgeschichte und sein Modell der Realisierung von geistigen Prinzipien gesprochen. Die Frage ist, weshalb konnte das so schnell, und zwar schon bei den jungen Hegelianern, in Vergessenheit geraten? Ich sehe dafür im Wesentlichen drei Gründe. Der erste Grund ist, Hegel hat dieses Konzept, gerade dieses Konzept der Realisierung geistiger Prinzipien, zwar nicht ausschließlich, aber vor allem im Kontext seiner Religionsphilosophie vorgetragen. Und die Religionsphilosophie, sehr schlicht gesagt, liest kaum noch jemand, nachdem die Religionskritik nach Hegel, David Friedrich Strauss, Feuerbach, Bruno Bauer, dann sehr stark geworden war. Und die Frage ist, wie ich hierher von uns, ist, dass die Einwohner, die die Realisierung, die die Realisierung geistiger sind, die die von der Religionsphilosophie in der Welt, Rommel sagt, dass die religiöse Kritik in der Tendenz ist. Rommel sagt, dass David Friedrich Strauss, Feuerbach und Bruno Bauer ist. Marx ist in dieser Reihe nicht einzuordnen, weil Marx keine abstrakte Negation der Religion vornimmt, sondern versucht, die Religion aus den gesellschaftlichen Widersprüchen zu erklären. Marx ist in dieser Reihe, die Religion abstrakte Negation der Religion abstrakte Negation der Religion abstrakte Negation der Religion abstrakte Negation. Zum Kontrast könnte man Bruno Bauer anführen, der der Ansicht ist, dass eine wahrhaft menschliche Gesellschaft erst dann entstehen kann, wenn es keine Religion mehr gibt, Marx karikiert das in einer Äußerung so, dass er sagt, wenn irgendwo ein Buch erscheint, was also irgendeinen religiösen Gedanken enthält, dann muss Bruno Bauer mindestens zwei Bücher gleich dagegen schreiben, um diesen gefährlichen Einfluss zu beseitigen. Und Marx schließt da aus, dieses ganze Unternehmende Religionskritik für sich genommen. In dieser Weise, wie es von Bruno Bauer und anderen betrieben wird, ist absurd geworden. Allerdings-arsi wird sich in der Gesellschaft über die Liebe der Religion abhörter. Aber es wird auch die Religion als bei einer Mensch. Auch bei einer初始macht da ist, dass die Liebe der Religion nicht in der Freiheit, die Religion das in der Freiheit nicht selbst erhebt. Und in dieser Weise, wie es die Religion nicht in der Freiheit war, die Religion über die Religion ausdrückte Negation, die Religion also erlebt, Sie haben die Macht und 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 die Macht. Marx macht übrigens auch einen Blick auf die spätere Entwicklung und dann auch auf das, was in der Sowjetunion gewesen ist. Ich habe übrigens heute gelesen, die KP Chinas hat verlangt, dass alle ihre Mitglieder Atheisten sind. Also Marx hat, jetzt ganz aktuell, Marx hat sich an solchen Sachen nie beteiligt. Er hat ganz offensichtlich den hegelschen Standpunkt, Religion ist Privatsache. Aber es ist wichtig, dass es diesen Marxismus gibt, die in der Sowjetunion der Kirche, die in der Kunde des Kirchenlandischen Kirchen, die in der Sowjetunion, der in der Sowjetunion der Kirche ist. Es ist wichtig, dass der Marxismus aus der Kirche einstieg, wenn der Marxismus in der Sowjetunion des Kirche der Kirche ist. Der zweite Punkt, der dazu geführt hat, dass Hegels Konzept von Freiheitsgeschichte in Vergessenheit geraten ist, ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten. Und zwar verbreiteten sich eigentlich sehr bald nach Hegels Tod Zweifel daran, dass Hegels Philosophie der Weltgeschichte wirklich eine Geschichtsphilosophie ist, die den Ansprüchen des hegelschen Systems genügt. Und diese, die die Hauptsache in den Bergen der Welt die erinnert, was den Erlöser, Bevor Sie die Geschichte, die Filosophie, das Hegel daran, die Filosophie, den Hemmungsinen, die Erzeugung des Strukturen und die Filosophie anbelangt? Das trifft tatsächlich zu. Man muss feststellen, dass Hegel seine Philosophie der Weltgeschichte einerseits sehr weit anlegt. Er sagt, der Weltgeist ist der Geist überhaupt. Er hat aber die Weltgeschichte und den Weltgeist nicht in diesem Sinne wirklich beschrieben und erläutert und begründet. Die Weltgeschichte erscheint über weite Strecken als eine Staatengeschichte im Bereich des objektiven Geistes und die Dimensionen etwa des absoluten Geistes kommen innerhalb der Weltgeschichte so gut wie nicht vor. Ja, ich weiß, dass man mit den Geist und den Geist, den Geist und dem Spitalien beteiligt. Ich sage, dass ich immer bei der Geschichte und der Geschichte und der Philosophie erzähle, die ich meine Sprache erzähle, und ich möchte meinen Zeichnen das Buch erzählen. Aber auch im Bereich der Geschichte, die in den objektiven Geist fällt, gibt es Defizite bei Hegel. Darauf hat Walter Jeschke vor allem aufmerksam gemacht. Hegel schreibt erstaunlicherweise nirgendwo eine Geschichte der Institutionen der Freiheit, zum Beispiel keine Rechtsgeschichte. Das gibt es bei Hegel nicht. Das hat dann sein Schüler Eduard Gans in seiner Universalrechtsgeschichte zum Teil nachgeholt. Aber Hegel selbst hat es nicht gemacht. Damit er nicht mehr aus dem Projekt. Man sagt, dass das Abkaufschicht der Geschichte des Erdbewerbs und die Geschichte von Hegel ist. Man kommt auch an die Geschichte des Erdbewerbs und die Geschichte des Erdbewerbs. Die Geschichte des Erdbewerbs und die Erdbewerbs und die Erdbewerbs und die Geschichte des Erdbewerbs, Das hat sehr früh dazu geführt, dass man gesagt hat, wenn eigentlich der Weltgeist der Geist überhaupt ist, dann findet man die umfassendste und eigentlichste Darlegung des jegelschen Geschichtsbegriffes eben in der Phänomenologie des Geistes. In diesem Sinne hat zuerst 1838 der polnische, der hegelische Hegel-Schüler August Franziskowski in seinem Prolegomena zur Historieosophie dann die Phänomenologie des Geistes zur eigentlichen Grundlage der hegelischen Geschichtsphilosophie erklärt. Das war ein Schüler von Hegel, oder? Ein Schüler von Hegel, ja. Das hatte weitgehende Folgen bis in die Gegenwart, dass sozusagen die Phänomenologie des Geistes als eine Art hegelische Geschichtstheorie gelesen wird. Ich werde nachher noch kurz zeigen, warum das nach meiner Auffassung jedenfalls nicht zutrifft. Vor allem aber, und das werde ich dann nachher auch noch ausführlich erläutern, verschiebt sich damit eigentlich der Inhalt der Geschichte. Es geht nicht mehr in dem hegelschen Sinne um Freiheitsgeschichte, sondern es geht um die Geschichte der Entfremdung und der Aufhebung der Entfremdung. Und das ist nach meiner Auffassung ein ganz anderes Konzept von Geschichte. Und das ist nach meiner Auffassung ein bisschen zu tun. Dann gibt es noch einen dritten Punkt, den ich kurz erwähnen muss. Es gibt in der nachlegischen Philosophie so etwas wie eine Rhetorik des Bruchs mit der Philosophie. Das wird vor allem von, aber nicht ausschließlich, von Ludwig Feuerbach so betrieben. Und Feuerbach formuliert das auch ausdrücklich. Er sagt, es besteht die Notwendigkeit eines Bruchs. Das bedeutet aber auch, dass die nachhegische Philosophie zum Teil, zum großen Teil, ganz bewusst nicht mehr den Weg einer Auseinandersetzung mit Hegel geht, sondern diese Auseinandersetzung ganz bewusst abbricht. Also man kann nicht sagen, dass nach Hegel sozusagen die hegische Philosophie immanent kritisiert und überwunden wurde, sondern man hat sie einfach zur Seite gelegt. Ich glaube, dass ich ein paar Dinge so leitet, dass ich es nicht so leitet. Aber ich habe noch einen trochsten Art, hat man nicht so leitet. Es gibt eine Prüster, auf die eine Geschichte zulegen. Es ist ein sehr langeser Mensch, aber es ist nämlich ein sehr langeser Mensch. Es ist ein sehr langeser Mensch, wie ich es in die Gesellschaft nicht so viel. Das ist ein sehr langeser Mensch. Ich habe die Menschen mit der Gesellschaft eine Art Schreck. Die Menschen, die sich in der Gesellschaft nicht in der Gesellschaft, Ich werde mich jetzt vor allem mit dem zweiten Punkt auseinandersetzen, also der Frage, was passiert eigentlich, wenn Hegels Geschichtsphilosophie mehr oder weniger auf die Phänomenologie des Geistes reduziert wird. Interessanterweise findet diese Verschiebung des Paradigmas zur Phänomenologie des Geistes sich auch in der Entwicklung der Religionskritik. David Friedrich Strauss beschreibt in den Verteidigungsschriften zu seinem Leben Jesu, also seinem grundlegenden Werk für die Religionskritik, beschreibt er den Verlauf der Religion auch in Anlehnung, also die Religionsgeschichte in Anlehnung an die Phänomenologie des Geistes. Also, ich habe mich sehr! Es gibt die Frage, dass ich eine Art und Weise aus dem ersten Zeit, dass die Phänomenologie ein ganzes Thema geht. Ich bin mir nur noch einmal ein paar Jahre, dass die Phänomenologie des Geistes haben. Ich habe den Verlauf der Religion und die Religionskritik angefangen, Es ist wichtig, dass David Friedrichsstrauß, der sich in den Fundament, der die Autorität der Religion-Kritiker hat. Aber es ist wichtig, dass er sich in der Religion-Kritiker hat. Es ist wichtig, dass er sich in der Religion-Kritiker der Religion-Kritiker hat. Es ist wichtig, dass er die Phänomenologie-Kritiker hat. Ein wichtiger Punkt bei dieser Adaption der Phänomenologie des Geistes für eine Philosophie der Weltgeschichte ist, dass es möglich wird, das was bei Hegel im Schlusskapitel verhandelt wird, das absolute Wissen in irgendeiner Weise sozusagen so zu erklären, dass es ein Stadium der Weltgeschichte sozusagen bezeichnet, also irgendwie realgeschichtlich fundiert werden kann. Das absolute Wissen? Ja. 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 Dieser Schritt wird durch die Religionskritik vorbereitet, genauer gesagt Bruno Bauer geht spätestens 1841 diesen Schritt. Er vertritt nämlich die These, dass das Selbstbewusstsein des endlichen Geistes, also Hegel würde sagen des subjektiven Geistes, im Grunde genommen mit dem absoluten Geist zusammenfällt. Das bedeutet, dass es für das endliche Selbstbewusstsein, im Unterschied zu Hegel, sozusagen kein ihm Fremdes gegenüber, keine ihm fremde Gegenständlichkeit geben darf, sondern für die endlichen Individuen die ganze Objektivität durchschaubar sein muss als ihre eigene, also mit anderen Worten, dass es so etwas wie Entfremdung, Fremdheit, Bestimmtheit durch Gegenstände nicht mehr geben darf, sondern nur noch selbstbestimmt. Also, das ist ein Problem. Der Fall war, dass es so, dass ich, dass die Einfragen, die die Einfragen aus der Mitte der Welt, Ich habe nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern auch die Kulturen-Güßel. Ich habe noch einen Moment, das wir bei uns nicht mehr haben. 1841 schreibt Bruno Bauer in seiner Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker, 1841, dass die Verwirklichung des reinen Selbstbewusstseins, die letzte Tat der Philosophie sei und sie besteht darin, dass die Philosophie und damit sich das Selbstbewusstsein der Menschen, jedes einzelne Menschen, von einer positiven Bestimmtheit, also von einer äußerlichen Bestimmtheit, befreien muss. Darf ich das ein bisschen sagen? Ich bin der Grund, dass die Verwirklichung der Verwirklichung der Verwirklichung der Verwirklichung der Verwirklichung, der die Verwirklichung des Synoptikos, der von der Verwirklichung des Evangelischen Geschichte der Kritik-Ajus-Kritik, Es ist ein sehr wichtiges Thema, dass wir uns hierher anwachsen. Wir haben hier in diesem Jahr eine Art der Philosophie, die wir heute haben, die wir heute hierher in diesem Jahr haben, und wir haben hier in diesem Jahr auch eine Art von der Philosophie anwesend, die wir hier in diesem Jahr haben, und die wir hier in diesem Jahr haben. Den eigentlichen Schritt hin zur neuen Fundierung der hegelischen Geschichtsphilosophie in der Phänomenologie hatte August von Tchiskowski, wie gesagt, vollzogen. Er bemängelt, dass Hegel sozusagen in seiner Philosophie der Weltgeschichte eigentlich keine, wie er sagt, streng spekulative Entwicklung gezeigt habe und dass man daher sozusagen hier Hegel sozusagen mit seinen eigenen Mitteln verbessern müsse. Ja, das ist August von Tchiskowski. Und das ist auch die Geschichte der Geschichte der Hegel. Und das ist auch die Geschichte der Hegel, die in der Geschichte der Hegel sind sehr spekuliert. dass die Entwicklung des Weltgeistes in der Geschichte, er drückt sich aus, Korollarium der phänomenologischen Entwicklung des Bewusstseins sei, also parallel zu lesen sei zur Entwicklung des Bewusstseins in der Phänomenologie des Geistes. Ich habe das erste Mal, dass die Geschichte von Českowski sehr gut ist, dass die Geschichte von der Geschichte sehr gut ist, dass die Geschichte von der Geschichte von der Geschichte von Českowski und der Geschichte von Českowski von der Geschichte von Českowski und der Geschichte von Českowski und der Geschichte von Českowski Wichtig ist nun, wie er das Ergebnis dieses Prozesses beschreibt, denn das inspiriert dann die Junghegelianer besonders stark. Seine These ist, im absoluten Wissen vollendet sich das Bewusstsein so, dass es in die Tat umschlägt. Ich bin sehr interessiert, dass es nicht solle, dass die Geschichte von Českowski hat, dass die Geschichte von Českowski ist. Das ist zunächst sehr erstaunlich, weil Hegel selbst vom absoluten Wissen sagt, es ist wesentlich Anamnesis, also Erinnerung. Von Tat ist dort nicht die Rede. Also das ist auf den ersten Blick natürlich nicht Hegel, sondern das erinnert sehr stark an Fichte, nämlich die ursprüngliche Tathandlung, das Ich setzt sich selbst. Und das ist ja auch gemeint, das Ich hat nichts Fremdes mehr. Es bezieht sich unmittelbar rein in einer Tathandlung nur auf sich. Das ist der oberste Grundsatz der Wissenschaftslehre. Ja, das ist der Grund, das ist der Grundsatz der Wissenschaftslehre. Das ist ein Problem, ein Problem, wir haben hier ein Problem, dass wir die Frage einigen, also wenn wir uns in die Geschichte einigen, die wir jetzt nicht einmal auf den Weg bringen, und wir haben uns geschrieben, dass wir uns in dem Weg nach dem Tavisat sind, wir haben uns in den Tavisat, aber wir haben uns in der Tavisat, da ein Essakt, das ist am Mavetros, das ist eine Art der Theorie, das ist ein Kmetterbau. Ein Kmetterbau. Ein Kmetterbau. Können Sie noch etwas mehr erklären, die Tathandlung? Ja, Fichte sagt, also die Tathandlung Fichte sagt, Wir haben kein reflektiertes Selbstbewusstsein, das heißt also, wir treten nicht sozusagen wie vor einem Spiegel und schauen uns gegenständlich in einem Spiegel an, sondern wir haben schon immer einen unmittelbaren Bezug auf uns selbst und sozusagen in diesem unmittelbaren Bezug auf uns selbst konstituieren wir uns selbst als ich. Das ist keine Tatsache, das ich, sondern das ist etwas, was wir sozusagen leben, was wir aus uns selbst frei hervorbringen. Das ist ein sehr, was wir haben, wenn wir die Tatsache, dass die Tatsache, die Tatsache, die das Ausmacht und die Tatsache, dass wir in unserem Leben nicht mehr so viele Erwerke, dass wir so viele Menschen in unserem Leben stehen, sondern wir haben uns sehr, sehr viele Menschen, die Tatsache, dass wir das nicht mehr in der Zeit haben, aber wir haben auch eine Art von der Tatsache, die Tatsache, die wir in dem Erwerke, Sollte ich an, was ich Wissen hat. Es ist so, dass sie die Möglichkeit haben. Die Leute sind und wir hatten die Frage, oder sie hatten auch in die Frage. Es war wirklich interessant. Ich bin wundervoll. Sie ist das nicht so, was ich wir zusammen mit. Das ist nicht Hegels Theorie des Selbstbewusstseins. Hegel geht davon aus, dass wir zum Selbstbewusstsein kommen, indem wir uns auf anderes, andere Menschen, andere Dinge beziehen. Die Formel für das Selbstbewusstsein ist ein Identitätssatz A gleich A. Und Fichte sagt, eigentlich, weil das schon die Assoziation erweckt, dass wir es mit einer Selbstvergegenständigung zu tun haben, eigentlich haben wir nur das Gleichheitszeichen, nur das Beziehen, nur die Tat. Wie kommt man von diesem Modell zum absoluten Wissen? Hegel konstruiert die Phänologie unter anderem über zwei unendliche Urteile. Er sagt, das Ich ist Ding, das Ding ist Ich. Wenn ich sozusagen das als einen Schluss auffasse, komme ich zur Konklusio Ich gleich Ich. Ja. Das letzte ist das absolute Wissen, aber das absolute Wissen ist für Hegel natürlich nur das Resultat einer Vermittlung von Ich und Ding. Das heißt, dieses absolute Selbstbewusstsein, was absolutes Wissen ist, entsteht nur dann, wenn dieses Verhältnis von Ich und Ding oder Subjekt und Objekt vollständig entwickelt worden ist. Das heißt, ich bin unser Ziel, dass das Resultat, die ich in diesem Falle in diesem Falle nicht erinnert, Das vergisst Szynskowski sozusagen und auch andere Namen. Sie vergessen das, sie nehmen nur diese formale Struktur und sagen, das ist doch sozusagen dann Tat. Also es gibt, das ist erstaunlich und bisher eigentlich auch noch nicht richtig untersucht in der Forschung, muss ich sagen, es gibt im Jung-Hegelianismus sozusagen einen verdeckten oder heimlichen Fichte-Hegelianismus. Und die Philosophie der Tat, das ist dann ein der Titel einer Schrift von Moses Hess. Moses Hess war zeitweilig mit Marx sehr befreundet und er hat auch Marx sehr stark angeregt. Vor allem die Pariser Manuskripte von 1844, sind ganz stark unter dem Einfluss von Moses Hess entstanden. Weniger, es tut mir leid, das den Althusserianern sagen zu müssen, unter dem Einfluss von Feuerbach. Moses Hess, die Marx-Megobari oder Marx-Misch-Kanzalian hat die Inspiration von mir und hat ihre Ideen. Sie hat die Katastrophe, die Pariser Manuskripte von 1844, zum Beispiel, warum Moses Hess es kann, wird man mit ihrer Zeit, wo Marx mag, wie der Feuerbach es kann. Hinzu kommt noch, Moses Hess ist ursprünglich, so bezeichnet er sich selbst auf dem Titelblatt seiner ersten Druckschrift, ein jünger Spinosas. Wir haben also mit Moses Hess keineswegs sozusagen eine Mixtur aus Hegel und Feuerbach vor uns, sondern eine Mixtur aus Spinoza und Fichte. Bei Moses Hess, ja? Bei Moses Hess? Ja. Bei Moses Hess ist ein Zir InstruANG, wie er eine die Krere trifft. Das ist ein Konzept, wie er sich in den Titelblatt sagt, Ihnen ist ein Konzept. Man wird ein Konzept des Runderskreuz. Von der Ring im Titelblatt. Der hat mich auf die Erste und die Bewerber, so zu einem Kreat affirmen, wie er ein Konzept, wie es Konzept überUDet und die Hetz für Sieguss되ge, 1837 veröffentlicht Moses Hess eine Schrift mit dem Titel Die heilige Geschichte der Menschheit von einem Jünger Spinozaas. Die heilige Geschichte der Menschheit von einem Jünger Spinozaas. Wie das, was sich aus der Lektüre der Phenomenologie des Geistes als Geschichtsphilosophie ergibt. Das Ganze ist sehr religiös grundiert. Es ist eine Geschichte der göttlichen Offenbarung, deswegen heilige Geschichte. Und diese göttliche Offenbarung setzt sich sozusagen durch die Entfremdung hindurch, die Entzweihung mit Gott, in die die Menschen geraten sind. Und das soll dann durch eine Vereinigung des deutschen und des französischen Geistes geschehen. Der deutsche Geist sei religiös-sozial, der französische politisch-sozial geprägt. Beides zusammen ergibt dann das, was Moses Hess als das neue Jerusalem wird. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Ich bin ein sehr wichtiges Thema. Ich weiß nicht, dass es diese Musik wie die Welt auf der Politik als die Leute der Gesellschaft nicht immer die Liebe, sondern das zur Welt, oder die Menschen in der Gesellschaft, Und da ist ein sehr wichtiges Thema, dass man sich vor einem Thema das Erleitungsforsitzende, dass man sich vor allem in der Erleitungsbegriffeян, man sich in der Erleitungsbegriffe, dass man sich vor einem Erleitungsbegriffe, dass man sich vor einem Erleitungsbegriffe, Ich kann zum Beispiel sein, dass die deutsche, deutsche complaining, die deutsche, die deutsche, die deutsche und soziale Religion unterbrechen. Dieses neue Jerusalem wird dann auch so beschrieben, dass hier das göttliche Wort der Offenbarung zur Tat wird. Also hier haben wir auch am Schluss den Umschlag in die Tat, da ist die Philosophie der Tat schon vorweggenommen. Nach Abfassung dieser Schrift liest Hess dann tatsächlich auch Hegel und er baut dann die hegelsche Philosophie in seine Konzeption ein, zuerst 1841 in einem Büchlein mit dem Titel »Die europäische Triarchie«. Diese Schrift geht davon aus, dass die Philosophie abgeschlossen sei, das wird jetzt auf die hegelsche Philosophie bezogen. Die hegelsche Philosophie ist sozusagen der Abschluss der Philosophie überhaupt. Das bedeutet aber, dass die Philosophie sozusagen jetzt in das Leben, wie Hess es formuliert, überzutreten habe. Das heißt, sie wird jetzt so wörtlich absolute Geistestat. Und das ist so, dass die Philosophie aus der Geschichte des Geistestes. Die Philosophie ist so, dass die Philosophie aus dem Ganzen, das ist so, dass die Philosophie aus dem Ganzen ist. Dafür beruft sich jetzt Hess ausdrücklich auf Hegels Phänomenologie des Geistes. Er interpretiert die Phänomenologie des Geistes so, dass zum Schluss im absoluten Wissen die Vermittlung von Subjekt und Objekt, sozusagen sich aufhebt und was übrig bleibt, ist nur die unmittelbare Einheit von Subjekt und Objekt und die ist sozusagen nur noch zu denken als Tat. Wörtlich, am Ende steht die absolute Einheit aller Unterschiede, womit die Vermittlung notwendig aufhören und die Tat beginnen muss. Die Frau, in der wir es sehen, was die Die Frau, in dem man sich auch in die Schöne anbiett, als die in der Schöne anbiett, das ist wie es, was sie aufhören, und die Frau, was heißt es, wenn der Herr, was der Schöne anbiett, dass die Gruppe die Auslandung des Geistes so, so dass es sich mit der Schöne anbiett, als ich mit dem Schöne anbiett, er sagt, dass der Schöne anbiett, dass die Erachtung des Objekts sehr gut ist und wie die Erschung eines Staates ist, dass die Erachtung des Objekts nicht mehr ist. Die Erachtung ist, dass wir die Erschung von Absoluten und die Erschung eines Objekts müssen, das Erschung von den Erschung Ich weiß nicht, dass es nicht so gut ist, sondern es ist absolut nicht so gut. Ich weiß nicht, dass es nicht so gut ist, dass es nicht so gut ist, dass es nicht so gut ist. Bei Hegel ist es so, nochmal auf das zurück, Hegel nennt das, was zum Schluss entsteht, diese Beziehung der Identität, ich gleich ich, das nennt er wiederhergestellte Unmittelbarkeit, also vermittelte Unmittelbarkeit. Und die enthält sozusagen die ganze Bewegung der Vermittlung in sich, deswegen redet Hegel auch in Bezug auf das absolute Wissen von dieser Erinnerung, dass die Erinnerung, es wird nicht vergessen, dass das Ganze das Resultat einer Vermittlung ist und diese Vermittlung auch notwendiger Bestandteil des Ganzen ist. Und sozusagen in dieser Interpretation, wie sie Schiskowski und Moses Hess und dann auch andere liefern, ist es so, dass sozusagen das Resultat quasi dann für sich genommen wird. Es wird losgelöst von dem Vermittlungsprozess und damit entsteht etwas anderes, nämlich das, was Hegel unvermittelte Unmittelbarkeit nennt und was er also ständig scharf kritisiert. Das ist sozusagen immer ein Hauptgegenstand seiner Kritik. Ich glaube, ich glaube, es ist so, dass Sie so, dass diese dieselbe auch hier eine Moore-blicke und da ist eine bestimmte Einstellung. Ich glaube, dass die Ausbildung der Objekt, die wir hier befinden, nämlich im Verrückter des Abteilungsstums, die Ausbildung zur Verbundung der riepflüge der Tweet in der Revolte. Das ist, dass diese Ausbildung in der Anamnésie die Anamnesie an der Anamnesie vor Ort zum Beispiel ist das andere, die ich als es, das ist mein Abteilungsstum, das wir in der Ausbildung, dass es die Ausbildung in der Anamnésie aber es ist ein ganzes wie ein Experimental-Bolos und das was erritt, und wir wollten das natürlich, dass der einen Teil der Regalien-Bolos-Bolos-Bolöser Aber Bruce, wenn wir uns das mit Wolfgang ansehen, was wir aus dem Regalier-Bolos, das ist vielleicht ein bisschen mehr bei uns, wenn es uns einen Schöndern berührt, die im Das Schema, das wir haben, ist eigentlich ganz einfach. Also am Anfang die Einheit von Subjekt und Objekt, dann eine Entgegensetzung von Subjekt und Objekt, Entfremdung. Und zum Schluss haben wir wieder die Einheit von Subjekt und Objekt. Und das Ganze bezeichne ich als eine romantische Entfremdungstheorie, weil sozusagen man an den Anfang, an den Ursprung zurückgeht. Diese unmittelbare Einheit soll sozusagen hier auch wieder auftauchen, das ist wieder das Ziel des Prozesses. Also Entfremdung, Rücknahme der Entfremdung. Sie finden diese Formulierung dann ja auch noch in den Pariser Manuskripten von Marx. Und dieses Schema ist eigentlich unabhängig von der Phenomenologie des Geistes. Also es trifft erstens die Phenomenologie des Geistes nicht, weil das Resultat bei Hegel immer nur vermittelte Unmittelbarkeit ist. Es ist etwas anderes als der Anfang. Hier geht es um die Rückkehr zum Anfang. Und es ist unabhängig auch in dem Sinne, weil gerade bei Moses Hess sieht man, der kann das Ganze auch mit Spinoza und Fichte konstruieren. Doch bevor er die Phenomenologie des Geistes überhaupt mal gelesen hat. Also das ist auch natürlich in der klassischen Romantik, nicht in der klassischen deutschen Romantik, nicht soweit sie philosophisch auftritt, natürlich eine Figur, die dort schon vorgebildet ist. Wir finden das bei Novalis, nicht mit dem goldenen Zeitalter und solche Figuren. Also das ist ein sehr guter, ganz schönes Thema, die in der Bibelküse, 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 die in der Bibelküse. Das ist guter. dass der eine Diemung der Leitungen der Leitungen der Leitungen erlängt, dann kann man das nicht mehr als die Leitungen der Leitungen der Leitungen der Leitungen der Leitungen der Leitungen der Leitungen. Wenn wir eigentlich die hier im höchsten, dann kann man die Leitungen der Leitungen erlängen lassen und es wird eine Auslösung. Die Leitungen haben sich in Höhez gezeigt, dass man die Leitungen erlernen. Was ist das? Was ist das? Das ist das Fahrrad? Was ist das Fahrrad? Was ist das Fahrrad? Das war es ein Fahrrad. Das war, was ich sag, dass wir hier wie die Römantik-Teorieien haben. Die Römantik-Teorie sind die Karte. Das ist es ein Fahrrad, wie die Römantik-Teorie sind. Das ist das Fahrrad-Teorie. Die Römantik-Teorie ist die Römantik-Teorie-Novalistische. Das ist das Jahr, die wir in den Nrwazir haben, die es in den Jahren und in den Hух-Roskana. Ich finde, wir wollen ein bisschen mehr zu sein. Es ist ein bisschen besser, weil wir uns um die Menschen noch zu sein, das sind das eine Wettbewerbs. Wir sollten uns um die Wettbewerbs und es gibt uns um die Wettbewerbs, aber wir wollen dir, dass wir uns um die Wettbewerbs, wir wollen uns um ein bisschen mehr zu machen, dass es die Wettbewerbs. Wir wollen die Wettbewerbs. Ich bin mir einfach mal wieder in der Zeit. also der zweiten Stoffe, der zweiten Zwischenwirkung, was bringt sie eigentlich zur Entredungssetzung? Das kann ganz verschieden sein, je nach Geschichtsmodell. Das kann sein der Abfall von Gott, der Abfall von der Offenbarung, das kann sein mit Rousseau, die Zivilisation, die Zivilisation tritt sozusagen zwischen Natur und die unmittelbare Einheit zwischen Natur und Mensch. Also in der Regel wird die Moderne dafür verantwortlich gemacht. Das ist auch bei Moses Hess der Fall. Er sagt, dass also die Unmittelbarkeit und Natürlichkeit unseres Tuns und Denkens sozusagen dann durch die Innerlichkeit, also die Konzentration auf rationale Vermögen seit der Renaissance und dann in der Moderne, nun befordert wird und hinzu kommt dann eben die Technik. Die Technik als etwas, das ist auch ein ganz romantisches Motiv, die Technik als etwas, was sozusagen unser unmittelbares Naturverhältnis zerstört. Das geht ja bis Heidegger, diese Klage über die Technik. Das geht ja bis Heidegger, die Technik als etwas, was daran erledigt. die wir als der Naufgang mit der Bevölkerung kennenlernen, wird die Zeit ausschließlich ein kleineses Leben sein und werden die Nutzung durch die Rationale- und promozeile und die Nutzung stehen, die wir als der Nutzung kennenlernen feelen, und die wir als die Rationalität haben, als das der Nutzung mit dem Lande, kann man den Technischen Kritik produzieren, und wir werden die Technischen kontrollieren. dass es einen eigenen R-art erweiss hat, dass es einen R-art, ein R-art erweiss hat. Es hat viele R-art erweiss, dass es eine R-art erweiss hat. Aber er hat einen R-art, dass er die R-art ist. dem R-art erweiss hat, die R-art hat. Erweiss hat diese R-art an, wenn er ein R-art, Ich bezeichne dieses Modell als Entfremdungsromantik, also wenn ich jetzt im Weiteren dieses Wort mal benutzen sollte, wissen Sie, was gemeint ist. Also was ist die Ursache für die Wiedervereinigung, also vorher betraf ich die zweite Stufe und was ist dann die Ursache für die dritte Stufe? Ja, die Ursache für die dritte Stufe ist für Moses Hess, wie für Tchiskowski, dass dieser Gegensatz dadurch überwunden wird, das Subjekt erkennt, dass die Objektivität, die ihm gegenüber selbstständig erscheint, eigentlich von ihm geschaffen ist. Also er kann dann das andere, das Fremde als sein eigenes erkennen und dann ist wieder sozusagen nur noch die Beziehung auf sich selbst übrig. Das ist sozusagen einerseits hegelianisch gedacht, andererseits wiederum nicht, weil hier sozusagen wird diese Selbstbezüglichkeit ja für das individuelle Bewusstsein des Einzelnen in Anspruch genommen. Und das würde Hegel immer sagen, das funktioniert nicht, das gilt für das, was er den Begriff nennt. Der bezieht sich allein auf sich selbst zum Schluss, aber das im Rahmen einer Abstraktion. Aber das wird hier beiseite gelassen. Aber es geht immer dann darum, dass sozusagen das Fremde, als es eigentlich schaut wird. Das ist natürlich eine Figur, die unter anderem natürlich auch in Feuerbachs Religionskritik eine große Rolle gespielt. Also Gott ist eigentlich ja nur sozusagen die entfremdete Darstellung der menschlichen Wesenskräfte selbst. Ja, das ist ja auch. Wir haben die Reise gemacht und die Reise gemacht. Wir haben die Reise gemacht, die Reise gemacht. Es ist ein sehr schönes Beispiel. Er ist ein sehr guter Mensch und der Reise gemacht hat. Ich habe gesagt, was er der Reise gemacht hat. Das ist ein sehr guter Mensch, was er hat sich gemacht. Das war die Erwachsener der Erwachsener, die in die Oberfläche der Erwachsener der Erwachsener in der Erwachsener von Dr. Hegel. Wenn er die Erwachsener gewonnen hat, dann wird die Erwachsener mit der Erwachsener und wir haben es schon zusammen mit den Leuten, und wir kennen uns die ersten kühlen, die wir uns schon wieder Squid haben. Das ist die Technologie-Chiciatische Technologie. Wir haben auch hier die Art der Erxtreras mit dem Adamian, der wir uns hier in der Schule arbeiten, den Wichtigsten als üblichsten Unternehmen ähnliche Menschen, von dem sie alle bauten, und so viel zu tun, in der wir die Euhrichtung bekommen, und die die Zukunft, die allerdings ein bisschen nötig ist, und die das Leben haben wir schon, wie wir bei uns eine ganz Fairness работает, also diese Themen und diese Dinge am Standort erstellt. Ein Punkt muss ich noch am Rande erwähnen, der aber wichtig ist. Und in dieser Schrift, die europäische Triarchie 1841, referiert Moses Hess nicht nur auf die Phänologie als die eigentliche hegelische Geschichtsphilosophie, sondern er sagt, das ist sozusagen das hegelische System in Nutze, das heißt auch sozusagen im Keim, das ist das ganze System. Und diese Charakteristik nimmt Karl Marx auf 1844 in den Pariser Manuskripten, wenn er schreibt, die Phänologie sei die Geburtsstätte und das Geheimnis der hegelischen Philosophie. Das ist ein Gedanke, den Moses Hess hier ins Spiel bringt, der sonst sozusagen in der ganzen Hegeldiskussion dieser Zeit von niemand anderem vorgetragen wurde. Es belegt auch den Einfluss von Moses Hess auf Marx in diesem Punkt. Vielen Dank. Und das ist ein Thema, dass Marx und Zollebs von Phänomenologien, Hegelisphilosophien, die sich in der Zeit veröffentlicht haben, und das ist ein Thema, und das ist ein Thema, das wir in der Zeit haben, und das wir in der Zeit haben. Und das ist ein Thema, das wir in der Zeit haben, und das wir in der Zeit haben. Zwei Jahre später, 1843, veröffentlicht Moses Hess dann seine programmatische Schrift mit dem programmatischen Titel Philosophie der Tat. Und das wir in der Zeit haben, das wir in der Zeit haben, und das wir in der Zeit haben, das wir in der Zeit haben, die Philosophie der Tat, das bedeutet hier auch, dass die Tat, also die Praxis, der Reflexion, also der Theorie gegenübergestellt wird. Die Reflexion wird jetzt dafür verantwortlich gemacht, dass das ursprüngliche unmittelbare Verhältnis des Menschen zur Welt gestört wird. Das ist überhaupt kein neuer Gedanke. Das ist etwas, was Sie zum Beispiel im sogenannten Frühidealismus auch finden. Also Sie finden das bei Hölderlin, bei Sinclair, beim frühen Schelling. Für Schelling ist dann zum Beispiel in einer bestimmten Phase Reflexion und Entgegensetzung, Entzweihung geradezu synonym. Also die Reflexion ist dasjenige, was sozusagen die ursprüngliche Einheit, die am Anfang steht, auflöst und diese Teile auch nicht wieder zusammenkriegt. Deswegen kann man also innerhalb der Reflexion die Reflexion nicht überwinden. Das ist das gemeinsame Credo. Und hieran knüpft also Moses Hess auch ganz deutlich an. Und hieran die Reflexion nicht überwinden. Er sagt, dass ich, das Selbstbewusstsein, macht sozusagen irgendwann sein eigenes Leben zum Gegenstand und tritt dadurch außer sich. Es tritt gleichsam vor einen Spiegel, betrachtet sich objektiv. Und genau dieses, ob sich objektiv werden, muss es zurücknehmen, aufheben. Es muss wieder zurück zu einer unmittelbaren Einheit. Und das genau das, was wird, wenn es möglich ist, Ich möchte die Ausbildung von einem Künstler-Tab. Ich habe auch die Ausbildung von einem Künstler-Tab. Ich habe auch die Ausbildung von einem Künstler-Tab. Ich möchte Ihnen ein kurzes Zitat aus dieser Schrift vorlesen, weil das jetzt hochspannend ist, weil einerseits erkennen Sie vermutlich, soweit Sie die Pariser Manuskripte kennen, sofort die Diktion von Marx, mit der er sozusagen dort die Weltgeschichte beschreibt. Sie erkennen sich als Sätzen des Anderen und Aufhebung des Gegenstandes, Aufhebung der Entfremdung und Sie erkennen zugleich die fichtische Terminologie. Das Leben, schreibt Moses Hess, das Leben ist Tätigkeit. Und Tätigkeit ist dann die Herstellung einer Identität durch Setzen und Aufheben seines Gegenteils, Erzeugung seinesgleichen, seiner sich Selbstgleichheit mit einem Worte, Selbsterzeugung, deren Gesetz der Geist durch seine eigene Selbsterzeugung erkennt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also Sie kennen das vielleicht auch von Fichte. Können wir noch mal auf das hier zurück. Das Ich setzt sich das Nicht-Ich entgegen und beides Ich und Nicht-Ich muss wieder vereinigt werden. Das ist das fichtische Programm. Nur, dass wir für Fichte diese Vereinigung im empirischen Prozess nicht erreichen. Das ist eine unendliche Annäherung an das absolute Ich. Im theoretischen nicht? Im theoretischen nicht und auch im praktischen nicht. Ich Portland, die sich die Welt auf den Anpassung baut. Ja, ich weiß nicht, wie wir das hier hinf worden. Fichte steckt da drin, aber Sie finden das auch diese Formulierung bei Marx. Vor allem der Geist erkennt sich durch die eigene Selbsterzeugung. Das nimmt Marx auf in den Pariser Manuskripten. Er schreibt, Selbsterzeugung des Menschen, Vergegenständlichung als Entgegenständlichung, als Entäußerung und Aufhebung der Entäußerung. Also dieses Modell der Entfremdung und Aufhebung der Entfremdung wird teilweise mit fast gleichen Worten von Marx beschrieben, wie Moses Hess das beschreibt. Das war die Konferenz, die ich überrascht hab, bis ich die Anbolagung von der Oaxi ab und das ist ein Objektivation. Glauben Sie das aus, das ist ein Objektivation. Sie können das B-N-Gazku sein, und wir haben die constitutionalen Anführung des B-N-Gazku. Tatsächlich setzt aber nun Moses Hess sozusagen als Resultat dann, anders als Hegel natürlich sowieso, aber auch anders als Fichte, wiederum eine absolute Identität von Subjekt und Objekt. Er schreibt, der Geist und das soziale Leben, der Mensch und die Menschheit kommen schließlich zu ihrem sich-selbstgleichen Dasein, wo nichts als die Tätigkeit übrig bleibt. Nichts als die Tätigkeit. Und das präzisiert er dann noch und sagt, wo sich alle Naturbestimmtheit in freie Selbstbestimmung umgestaltet. Also keine Gegenständlichkeit mehr, die uns fremd wäre, kein Bestimmtsein durch anderes, nur noch freie Selbstbestimmung. Das ist das, was wir sagen, dass wir uns nicht mehr als Hegel oder Fichte machen wollen, dass wir uns nicht mehr als Subjekt und Objekt absoluten Leben geben wollen. Ja, das kann ich wirklich verstehen. Ich möchte jetzt mal sagen. Wir haben das eine Gesellschaft und die Gesellschaft, die wir uns in der Gesellschaft haben, die wir uns in der Gesellschaft haben. Die Gesellschaft hat sich in der Gesellschaft und die Gesellschaft hat, Ich habe das Gefühl, dass es uns nicht mehr so ist, denn ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr so ist. Ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr so ist, dass es nicht mehr so ist, und ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr so ist. An dieser Konsequenz sehen Sie jetzt auch den Unterschied zu Hegels Konzeption von Freiheitsgeschichte. Hegel ging es nie darum, zu behaupten, dass in der geschichtlichen Welt, die für ihn ja in der sozialen Welt gerade, die hier direkt genannt wird, die ja zum objektiven Geist gehört, so etwas wie die absolute Idee uneingeschränkt real werden würde. Dann gäbe es nur das Absolute, dann gäbe es keinen objektiven Geist mehr. Es gäbe auch keinen subjektiven Geist mehr, wenn jedes Individuum sozusagen wie die absolute Idee sich quasi zur Welt verhalten könnte, theoretisch und praktisch. Also das sind zwei völlig unterschiedliche Konzeptionen in der Konsequenz, deswegen sage ich, diese Entfremdungsromantik ersetzt bei den Junghegelianern die Freiheitsgeschichte. Das sind zwei ganz andere Konzepte. Das hat sich um die Dinge zu stellen, wie die Hegel-Könster-Könster vorgelegt, aber das ist eine Art von Hegel-Könster-Könster. Das ist meine Geschwisterreife. Sie haben das Absolut, der sie im Weg zu geben. Sie haben sich auch in der Hegel eine Erschluss-Hagel. Die Geschichte war eine historie. Sie waren sehr wichtig. Die Geschichte war immer noch nicht mehr. Das ist eine viel Verständnis. Die Geschichte war eine zu verhaften. Die Geschichte war eine sehr große Zeit. Da ist dieses Thema, die man mit dem Absolutur in der Absolutur Also wenn man mit Absolutur hat, dann kann man mit Absolutur aus der Absolutur zu sagen, das ist das eigentlich, wenn man mit Abzug auf die Abzug auf die Abzug auf die Abzug auf die Abzug auf das Absolutur hat. Absolut. 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 Diese Entfremdungsromantik hat allerdings im Marxismus Spuren hinterlassen und es ist sozusagen eine sehr lange und breite Spur. Ich will hier nur verweisen auf die für den westlichen Hegel-Marxismus, den sogenannten Hegel-Marxismus, wichtigste Schrift Georg Lukasch, Geschichte und Klassenbewusstsein. Lukasch versteht unter Klassenbewusstsein des Proletariats, dass das Proletariat sich zum Subjekt-Objekt macht. Das Subjekt-Objekt der Geschichte, das ist genau diese Figur, die Befreiung von allem Entfremdeten, Vergegenständlichten, Verdinglichten, wie Lukasch sagt, und sozusagen eine Subjekt-Objektivität, die dann sozusagen alle Widersprüche in der Folge lösen kann. Ich sage, dass beim der sich in den niederrschrank unterrichten wollen, es dauern nämlich noch ein Plokerei-Generat und das System. Und erhält sich noch immer wieder ein Abstand, das ist ein identifiziertes komplizierter Pozeuge, und das sind wir ganz besonders nicht nur die Wahrnehmung, der sich vor eine einem Teil des Abstands-Generat es erzeugen nicht nur die Wahrnehmung, die es um die Einwe Sascha Ich möchte nur an dieser Stelle kurz darauf aufmerksam machen, dass das auch sozusagen politische Konsequenzen hat, die nicht unerheblich sind. Für Hegel gilt, er sagt das in Bezug auf die französische Revolution, wenn man versucht, Abstraktionen zu verwirklichen, er sagt, Abstraktionen in der Wirklichkeit geltend zu machen, dann führt das zur Zerstörung von Wirklichkeit, mit anderen Worten zum Terrorismus. Der Gedanke einer absoluten Identität von Subjekt und Objekt beruht aber bei Hegel auf einer Abstraktion. Er ist nämlich das Resultat dessen, was Hegel das reine Denken nennt. Auf die Realität bezogen würde das bedeuten, dass man dann in einem solchen Zustand, wenn er wirklich sich verwirklichen ließe, eine grundlegende und nie in Frage zu stellende Übereinstimmung des Individuellen und des Allgemeinen hätte. Also jeder Einzelne sozusagen würde immer automatisch mit dem übereinstimmen, was sozusagen das Allgemeine von wem auch immer repräsentiert, sagen wir die Partei oder so, für gut befindet. Also wirr, wie die Partei, der diese beherrschung mit ansmerchen, dass wir die Partei des podr willen vertreten müssen, dass wir die Partei des Strukturen noch unsere Bestes in den Individuellen haben nicht nur darauf vertreten, sondern dass wir die Partei zu vertreten. Ich halte einen solchen Zustand weder für wünschenswert noch überhaupt für realisierbar, aber wenn wir mal einen Augenblick annehmen, es könnte einen solchen Zustand geben, dann wäre völlig klar, dass jede individuelle Abweichung sozusagen nur noch als ein sozial-pathologisches, krankhaftes Phänomen betrachtet werden könnte und das führt dann eben dazu, dass solche Elemente nach guter stalinischer Manier eliminiert werden müssen. Das ist keineswegs die marxische Auffassung und insofern ist diese Bezeichnung Hegel-Marxismus auch etwas falsch, weil von den theoretischen Grundlagen her gesehen hat, hat das weder mit Hegel viel zu tun, noch auch mit Marx. Für Marx ist festzuhalten, dass er nach 1844 sehr schnell diese Position aufgibt und dann, das werde ich dann aber in den weiteren Vorlesungen zeigen, zu dieser hegelschen Konzeption von Freiheitsgeschichte zurückkehrt. Also, in of course we have been, von denen wir in der Kirchegefährten, in den wir auch bei dem Sinne von einem anderen Kanzel-Türkungs-Türkungs-Bländer, wir haben noch einmal in der Kirche und von der Kirche und der Kirche auf die Kirche. Wir haben also Some of us, und die wir als die Kirche in die Kirche in die Kirche auswählen, wo wir in der Kirche in die Kirche entdecken, in der Kirche auch mit einem solchen Konzeption, wir haben einen einen Kriegenden und in der Kirche in der Kirche im Egel auswählen gewünschweigen Konzeption von das Wortes. Ich meine Kunst, die Kirche in der Kirche, der Kirche in die Kirche ist und die Kirche, der Kirche in die Kirche und die Kirche ist einschiel. Ich möchte zum Abschluss der heutigen Vorlesung jetzt noch kurz etwas sagen, wie bereits angekündigt. Warum ist eigentlich diese Lesart der Phänomenologie des Geistes als Geschichtstheorie falsch? Tatsächlich ist es so und Hegel macht das in der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes sehr deutlich, dass die Phänomenologie des Geistes nun gewissermaßen wie die Eune der Minerva in der Dämmerung ansetzt. Das heißt also, die Weltgeschichte ist schon geschehen. Der Weltgeist, so sagt Hegel, hat also die ungeheure Arbeit der Weltgeschichte vollbracht. Und das ist die Ausgangssituation der Phänomenologie des Geistes. Sie blickt gewissermaßen zurück auf das, was der Weltgeist vollbracht hat. In diesem Zusammenhang mach nun Hegel eine ganz wichtige Unterscheidung. Er sagt, der Weltgeist ist zwar das allgemeine Subjekt oder die Substanz der Weltgeschichte, aber der Weltgeist ist ja nicht für Hegel irgendwie eine Entität, nicht irgendetwas, was sichtbar oder unsichtbar irgendwo in oder außerhalb unseres Universums zu verorten wäre, sondern der Weltgeist ist ja eigentlich nur sozusagen dasjenige, was sich aus der gemeinsamen Anstrengung der Menschheit im menschlichen Naturverhältnis dann ergibt. Das ist der zweite Punkt. אם man nichts sagen, ist das ungegengeschäft ist. Es gibt ja sozusagen eine Abwehr, die die Freude anbeten wir. Es gibt ja so viele diese intelligenzte Unternehmen und die historische Substanz. Aber wir haben ja so viele die König die Art und die Beine waren. Es gibt ja so viele Spiele, die es in einer 체k exploited. dass sie sich von den Menschen anbieten, dass sie sich mit dem Menschen anbieten und den Menschen, in der Menschen, das sie mit ihnen verletzen. Deine Regierung hat das Alsoplio, dass sie von uns die Menschen in der Stadt einbietend sind, dass wir heute mit den Menschen in der Stadt einbieten, dass sie die Menschen in der Stadt eine sehr gute Geschichte haben. Nebenbei gesagt, das gilt in Hegels Religionsphilosophie auch für Gott. Auch Gott ist keine Entität, die über Bewusstsein verfügt und kann also auch nicht zum Selbstbewusstsein rein für sich kommen. Ich sage, dass das Hegels Religionsphilosophie auch mehr zu sein, dass wir Menschen, also wir endlichen Subjekte kommen, und hier kommen wir dann ins Spiel für Hegel. Wir, die subjektiven Geister mit Hegel zu sprechen, wir haben uns die Resultate der Arbeit des Weltgeistes anzueignen. Das heißt, wir müssen erkennen, wie die Eule der Minerva, die hinterherkommt, wir müssen erkennen, was ist dort eigentlich geschehen und wir müssen es sozusagen auch begreifen, auf den Begriff bringen. Das ist ein Wachstum, das ist ein Wachstum, das ist ein Wachstum, der sich in den Begriff. Wir sind alle, was die Einwachen, die in den Begriff der Einwachen, die sich in den Begriff, die Einwachen Kinder ausfüllen. im WMG-LB-Kill-Kill-Kill-Kill-Blab. Und das war auch das eine gute Zeit, aber das war das im WMG-LB-Kill, aber ich weiß nicht, dass die WMG-LB-Kill-Kill-Kill-Kill-Kill-Kill, dass wir nicht in WMG-LB-Kill-Kill-Kill-Kill-Kill-Kill-Kill-Kill-Kill-Kill-Kill, dass man nicht in WMG-Kill, dass die Nachricht ein bisschen die Nachricht für die Nachricht. Die Nachricht haben wir die Nachricht, die Nachricht für die Nachricht, dass wir als Endliche Subjekte, aber nicht nach Hegel jedenfalls in unserer Subjektivität eingeschlossen sind, sondern objektiv erkennen können, ist die Erkenntnis der Resultate des Weltgeistes dann, wenn sie gelingt und vollständig ist, wofür es für Hegel sozusagen keine, gegen es für Hegel keine Einwände gibt, ist sie sozusagen zugleich die Selbsterkenntnis des Weltgeistes. Das heißt also, würde sozusagen der Weltgeist tatsächlich eine Entität sein mit Bewusstsein, dann würde er so denken über sich selbst, wie wir ihn begreifen. Ja, ja. und die Menschen sind nicht nur in der Welt, sondern auch in der Welt. Die Menschen sind nicht nur in der Welt, sondern auch in der Welt. Die Menschen sind nicht nur in der Welt, sondern auch in der Welt. Die Gegenstand der Phänomenologie des Geistes ist nun eigentlich im engeren Sinne dieses vollständige Begreifen durch uns oder das sich durch uns, das sich aneignen der Resultate des Weltgeistes. Also nicht die Produktion des Weltgeistes, die verläuft bewusstlos, sondern die Entwicklung zur vollständigen Erkenntnis der Resultate dessen, was der Weltgeist vollbracht hat. Das ist also nicht der Geschichtsprozess selbst, sondern nachträglich das aneignen dieser Resultate. Das ist auch eine große Herausforderung. Das ist auch eine große Herausforderung. Es geht um die Kirche von Sopliogon, dass man mit der Familie mit einem dacht. An der Kirche ist eine große Herausforderung, der die Kirche mit einer der Kirche von der Kirche ist. Es geht um die Kirche von Sopliogon im Auftrag der Kirche zu erfolgt. Deswegen finden wir in der Finanologie des Geistes natürlich Hinweise und Anspielungen auf die Geschichte, auch auf die reale Geschichte. Aber das immer nur im Rahmen sozusagen der systematischen Entwicklung, die sich bezieht auf die Reproduktion der Ergebnisse der Geschichte. Das kann nicht nur ganz losgelöst sein von dem Geschichtsverlauf selbst, aber das ist kein Nachzeichnen dieses Geschichtsverlaufes. Und deswegen ist es, glaube ich, völlig verfehlt zu sagen, die Finanologie des Geistes ist Hegels Geschichtsphilosophie. Das ist sie nicht. Es gibt dort keine Theorie des Verlaufes der Geschichte. Das ist ein, glaube ich, ganz schön. Und das ist es, glaube ich, dass die Geschichte von der Geschichte von der Geschichte, die Geschichte von der Geschichte ist. Ich denke, dass die Wahrheit der Welt der Geschichte von der Zeit der Welt ist. Ich denke, dass sie eine Art der Welt, der sich in der Welt auf den Weltkrieg der Welt zu verbreitet ist. Die Welt ist eine Art der Welt, auf dem sich der Weltkrieg der Weltkrieg, die Weltkrieg des Weltkriegs und die Weltkriegs Ja, also kurz gesagt, diese Wendung zur Phänomenologie des Geistes ist nicht nur sozusagen durch die Phänomenologie des Geistes das, was sie wirklich will, gedeckt, sondern sie führt auch zu dem Resultat, dass etwas ganz anderes und, wie ich meine, höchst prekäres an die Stelle der hegelischen Konzeption der Freiheitsgeschichte gesetzt wird. Die Geschichte der Phänomenologie die Geschichte des Geistes der Phänomenologie des Geistes, in denen wir eine sehr große Herausforderung sagen können, und diese Phänomenologie, die die Phänomenologie des Geistes, das hat sich für die Phänomenologie des Geistes, Die Geschichte und die Geschichte ist der erste, die wir in der realen Geschichte genießen. Aber wenn wir die Geschichte der Geschichte erzählen, und die Geschichte der Geschichte der Geschichte, diese Geschichte passen wir an an, dass wir in die Geschichte noch nicht auf die Geschichte erinnert. Ich freue mich, dass wir uns in diesem Zeitpunkt wiederholfen.